Schnupp, Level 2, zweiter Teil, zwei Gegner, zwei Spieler. Das ist einer zu viel. Jetzt müssen wir hier ein bisschen verschützen. Das ging wie ein Schlag in die Fresse. Da bombt der. Boah! Boah, ja. Ja, genau. Du kriegst die rechte Seite. Nein! Nein! Der kommt zu dir. Oh, oh. Halt! Ich wollte ihn gerade in sein skinny Gesicht boxen. Ja, klar. Boah, ja, treffe ich natürlich auf dem Rückwärtsgang, ne? Nee, weil das wäre ja unfair. Der war gekriegt. Oh, Reggie, Alter, ein Reggie. Du bist aber schwach, aber. Ja, Reggie ist immer schwach, ne? Skinny sind schlimm. Hinter dir! Ja! Ja! Oh! 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 Ja, ich hab glaub ich die schlechtere Seite erwischt mit dem A0 und dem Goro. Mein Bläh hängt! Alter! Mach keine Scheiße! Komm, wir cheaten jetzt durch. Auf jeden Fall. Mit deiner Energie und meiner, das ist nicht gut. Nee. Könnt man wieder so eine ähnische Schlenke, guck mal. Ich mach den A0 weg. Oh, der hat ja immer noch grüne Energie. Oder ist ein Neuer? Das ist ein Neuer. Das ist ein Neuer. Gott sei Dank. Gut. Guten Flug. Weg ihr sah. Jetzt! Jawoll. Wir haben keinen Bock mehr. Gib mir eine Keule, Kollege. Keule? Ja, so ein Hähnchenbein. Ah! Nimm's... Ah! Wie's auf mich hören? Ein Dingo! Ein Tarsdingo! Oh, Alter, leckern du Sau! Ich würde irgendeinen solchen Kakao ziehen. Mensch, Paunchy! Fertel! Bachwut! Ah! Ah, mein Energiehilfe! Ich brauch ein Hähnchen! Aber mir klappt das eh noch einen Hähnchen bekommen, ne? ich reiss noch mal alles im Kado neben ihm El Go Kaizo macht ja Alter der macht ja nicht selber weg ja der ist jetzt erstmal weg dann macht er auch nicht selber weg der ist wieder so ein Skinner noch ist den mach ich mach du mal da den kleinen Kruppelhelm ja der ist weg wait wait rückwärts jawoll ha 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 Gott im Haus schreck ich glaube es ist los ha 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 Hose ich hab du Hase drauf hab er weg das ist boll das bringt's voll Eintritt vom Skinny ändert sich nichts nein du hast noch lebst alter ok es ändert sich doch was du lebst nämlich noch Aua warum hab ich denn jetzt gefasst Alter Uua Wuaaa Uua Oh oh ja ich nehm den weißen mit dem Reddy das ist eigentlich der schlimmere schmier ist halt wenn ich sterbe, dann sterbe ich nicht stichstirnacktroll hehehe der ist doch jetzt richtig gestorben schön im Griff so geht es so macht mal Powerbomb auf dem Nacken alle nacken auf dem Powerbomb Warte, der geht noch in den gelben Reihen Ja Von seiner Mutter hat er das gelernt Die dreht sich auch immer im Springen Alter, jetzt aber Der war schön Das ist ein neuer Skinny, der ist leer Wie leer? Leerer Energie Leerer Energie? Voller Energie Komm da Der Hühner Schrecker mit seinem Mikrofon Pongy Da ist er, Pongy Nein, das ist das Shady Das ist Sam Das ist nett Das Schwatze hier Oh, oh, jetzt kommt das Auto Der ist ganz easy Ja, dann brauchst du nicht springen Ah, deine Mutter, Alter Weil der scheiß Play ja nicht funktioniert Hass ich Juhu, ich stehe noch aufhecken Voraus, mein Gott Waj Ja, was geht denn, Alter Ist, Alter, war gut auf Fresse gekriegt von mir Hoch lieber gegen Auto, weiß ja nicht Dachte Fäte noch mit Energie Hm Yeah Waj Saut geht ab, wuhu Halt dich mal zurück, weil dir deine Energie Okay Komm, breff mich Wait Waj Ja, wie ist Auto mich umfährt Er ist tot Ja, was ist das für ein Klitsch wieder? Boah, das ist geil. Boah, ein Double Team hier. Skyscrapler ist der nächste. Wer ist denn da? Wie ist denn meine Zocken? Ja, der Milton Skinny, Alter. Der war Style. Der hat eine Maus, Alter. Greif die Maus. Komm, werfen wir in den Wurf. Ey, ey. Werfen wir in den Wurf? Wir laufen. Boah, nimm mal den Zielgestein und werfen einen direkt in die Zwölf. Ja, Skyscrafter. Ja, Skyscrafter. Ja, Skyscrafter kriegt von mir auf die 13 jetzt. Okay. Boah, Reggie hat auch mal einen auf dem Dates gekriegt, ja. Da heißt der Reg... Alter! Reggie soll ein Pawn G. Und hier hat ein Ragebein 08. Gebrechliche Bein hier, der Skinny. Boah, der geilste Name im ganzen Hit-Player in dem ersten Mal ist ja immer noch... Pagan Heritage! 0... Was hat er? 68? 77? 32? 08.15? Und so weiß ich ja. 17 und 4. Hey! Das ist geschützt. Was? Boah, der Hammer! Die Skinny Party! Keine Energie! Was war denn das? Kommt geil, ne? Da wirft einer Granators! Was? Oh! Abgang rein! The Mid is broke! Nein! Reggie hat mir einer auf dem Zwöl verpasst eben. Warte, warte! Nein, ich muss fast! Dann, Quarnold! Der hat wieder sehr gut ges... Na, wie er mich... Was? Jaaaa! Meine Energie! Ja, klar! Deine Mutter kann sich von hinten so greifen, Alter! Spast! Glaubst du jetzt nicht? Jo, es geht wieder an meinem Kopfschlüssel! Ey! Fick dich! Es fängt schon wieder an zu bescheißen, das Spinnen! Der hat auch noch einen Strich! Der ist mehr wie ein Strich! Ist weg! Keine Ahnung! Ich hab's vergessen! Oh, guck mal da! Granator! Bis hin! Voll dem Bobby! Scheiße! Du hast sogar noch einen getroffen! Ich hab's noch einen nachdenken! Aber du hast dich noch einen Boah, ich hab so einen Gigantel. Lui, Lui, Lui. Hoppa. Ja, jetzt kommt die beste Stelle im Spiel. Oh, wir müssen einen Stopp machen. Ja, weil Zeit ist im Eimer. Jo, dann machen wir.